Hat dich dein Narzisst auch schon mal so intensiv angestarrt? Oder dich so komisch grimassenhaft angegrinst? Oder am besten noch beides, dich so komisch angestarrt und dabei noch so komisch gegrint? Warum macht der Narzisst das? Und was will er damit bezwecken bei dir? Fangen wir mit dem Starren an. Erstens, der Narzisst starrt, wenn er auf Beutefang ist. Wenn er auf der Suche ist nach dem nächsten Zufuhrobjekt. Vielleicht hast du das auch schon gemerkt. Wenn der Narzisst einen Raum betritt, dann schaut er sich erstmal ganz schnell um. Weil du weißt ja in der Zwischenzeit, dass der Narzisst in einem Überlebensmodus ist. Er denkt, dass ihm die anderen nichts Gutes wollen. Für ihn ist es also essentiell abzuschätzen, was da für eine Leute jetzt im Raum sind. Ob sie ihm was anhaben könnten. Und ob unter diesen Leuten bestehende und oder neue Zufuhrobjekte sind. Weil du weißt ja, der Narzisst ist ein schwarzes, großes Loch, dass essentiell auf die Zufuhrenergie anderer angewiesen ist, um überleben zu können. Je mehr Zufuhrobjekte, umso besser. Und zur Erinnerung, die Zufuhr ist einmal die Supply, die Zufuhr an sich, deine energetische Zufuhr. Dann Sex, Services und Safety, die Sicherheit. Mit seiner kalten Empathie kann der Narzisst instinktiv abschätzen, welche dieser Personen potenzielle zukünftige Zufuhrquellen für ihn sein könnten. Er scannt jede Person von oben nach unten ab. Und wenn auch nur ein kleines Fünkchen an Bauchgefühl hat, dass du zum Beispiel für ihn eine potenzielle neue Zufuhrquelle sein könntest, dann beobachtet er dich. Er scannt dich genauer von oben nach unten ab. Deine Körperhaltung, deine Mimik. Er saugt alle deine nonverbalen und verbalen Körpersprache-Signale auf. Und dann, wenn er meint, du bist das ideale, passende, zukünftige, neue Zufuhrobjekt, dann fixiert er dich mit seinem starren Blick. Es ist fast so, als ob er dich damit hypnotisieren möchte, mit diesem starren, fixen Blick. Wenn er dich so anstarrt, fixiert und du das noch nicht bemerkst, dann lächelt er auch nicht dabei. Wenn du das denn allerdings im Laufe der Zeit merkst, dass du von einem Narzissten angestarrt wirst und Blickkontakt zu ihm suchst, dann starrt er dich meistens weiterhin an und dann kommt so ein komisches Grinen mit dazu oder der Narzisst guckt einfach weg. Weil Blickkontakt ist nicht so sein Ding. Dieses Starren hat also die Zielsetzung, dich als seine Beute, als zukünftiges Zufuhrobjekt zu fixieren und am besten noch gleich zu hypnotisieren, damit der Narzisst schön schnell bei dir andocken und dir deine Energie rausziehen kann. Zweitens starte der Narzisst, wenn er dich wieder unter Kontrolle haben möchte. Wenn du ihn zum Beispiel mit irgendetwas narzisstisch gekränkt hast. Und das geht ja bekanntlicherweise sehr schnell mit der Kränkung eines Narzissten. Dem hängt echt immer sehr schnell ein Pups quer. Dann forderst du damit die Grandiosität und die Omnipotenz seines falschen Ichs heraus. Und da reagiert der Narzisst dann schon fast reflexhaft. Weil die Grandiosität und Omnipotenz seines falschen Ichs sind überlebensnotwendig für den Narzissten. Heißt, der Narzisst geht in Überlebenskampfmodus, wenn du ihn narzisstisch kränkst. Und wenn das ein Full-Flash-Narzisst ist und nicht gern psychopathisch geht, dann läuft das reflexhaft, instinktiv und unbewusst ab bei dem Narzissten. Dann rutscht seine Maske ein wenig. Und dann starrt und fixiert dich der Narzisst mit eiskalten Augen, um dich wieder einzunorden. Drittens, Narzissen starren auch, wenn sie mit sich alleine sind. Sie starren mit ihren eiskalten Augen ins Leere. Praktisch als Spiegelbild für ihre innere Leere. Kommen wir nun zum Grinsen, zum Grin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis dato keinen einzigen Narzissten richtig vom Herzen aus lachen sehen. Deren Lachen ist irgendwo immer so ein Grinen. Ein missgebildetes Lachen. Beim echten, natürlichen Lachen sind ja XY verschiedene Gesichtsmuskeln mit dran beteiligt. Beim Narzissen erscheint es, dass nur irgendwo die Mundwinkel ein bisschen komisch verzogen werden und das war's dann. Die Augen lachen nie wirklich mit. Wie du ja schon weißt, hat der Narzisst seinen Kontakt zu seinen positiven Emotionen verloren. Er kann so wirkliche Freude gar nicht richtig spüren und ist deswegen auch so neidisch auf andere, wenn die sich mal so richtig freuen und lieben, kann der Narzisst übrigens auch nicht. Weil wie soll er das können, wenn er keinen Zugriff, keinen Zugang mehr zu seinen positiven Emotionen hat? Wirklich lachen kannst du nur, wenn du Zugriff zu seinen positiven Emotionen hast. Punkt. Und das hat der Narzisst nicht, also kann er auch nicht wirklich lachen, sondern da kommen dann nur solche Grimassen bei raus. Und dieses grimassenhafte Lachen vom Narzissen wirkt auch sehr oft sehr gequält. Auch, weil sich dahinter alle seine negativen Emotionen verbergen. Zum Ausdruck kommen indirekt. Seine Verachtung gegenüber dir und anderen Personen, seine Wut, sein Hass, seinen Dauerneid. All das bringt der Narzisst mit seinen grimassenhaften Lachen zum Ausdruck. Und wenn er dich dann noch so richtig Hannibal-technisch angrinnt, dann ist das ein verachtungsvolles, von oben herab runtergegrine auf dich. Da gibt er dir über seine nonverbale Körpersprache direkt zum Ausdruck, was er wirklich von dir hält. Mit dem narzisstischen Lachen möchte dich der Narzisst in die Irre führen. Und zwar der Gestalt in die Irre führen, dass er dir versucht zu vermitteln, dass er Mensch ist. Dass er so ein normaler, empathischer Mensch wie du seist. Er will dich also simpel hinters Licht führen. Was hat das nun zu bedeuten, wenn dich ein Narzisst oder Psychopath anstarrt und gleichzeitig dich angrinnt. Tja, das kommt darauf an, welche Zielsetzung er jetzt mit dir hat. Wenn der Narzisst dich eintüten will, dann will er dich mit seinem Blick hypnotisch fixieren. Dich sozusagen handlungsunfähig machen, dass du nicht mehr wegrennen kannst. Und mit seinem gleichzeitigen Gegrinse will er dir vermitteln, dass er so ein Mensch sei wie du. Wenn der Narzisst oder Psychopath dich als Feind sieht und du ihm gerade gegenüber stehst, dann macht er sich erstmal groß. Wie eine Kobra, die vor ihrer Beute steht. Dann wirst du als sein Feind, als seine Beute, als sein zukünftiges Leggerli mit seinem starren, eiskalten Blick fixiert. Auch hypnotisiert. Und mit seinem gleichzeitigen Gegrinse bringt er dir zum Ausdruck, was er wirklich von dir hält. Er verachtet dich, er hält dich für schwach und er wird alles machen, um dich zu vernichten. Meine eigene Erfahrung, je psychopathischer, also maligner der Narzisst ist, umso starrer und eiskalter ist der Blick und umso kontrollierter ist das Gegrinse dabei. Ich kann mich noch an eine Gegebenheit mit dem Vater meiner Tochter erinnern. Der versuchte mich früher mittels Selbstmordandrohungen irgendwo immer wieder unter Kontrolle zu bekommen. Da fuchtete er dann mit einem Messer an seinen Pulsadern rum. Ich war damals schon so weit und hab mich dann nicht mal unter Druck setzen lassen, sondern hab die Polizei angerufen. Die haben dann einen Krankenwagen geholt und dann musste er erstmal in die Psychiatrie. Wochen später, als ich ihn dann ansprach auf diese Thematik mit dem angedrohten Selbstmord, starrte er mich komplett abschätzend mit seinen eiskalten Augen an, setzte ein verachtungsvolles Gegrine auf und sagte, du glaubst doch nicht wirklich, dass ich mich umgebracht hätte. Damals guckte ich echt nur perplex, weil ich von der ganzen Materie noch nicht wirklich Ahnung hatte. Jetzt dekodiere ich diesen einen Satz wie folgt. Ich bin ein omnipotentes, grandioses Special Wesen. Ich bin die Zukunft dieser Welt. So etwas Wertvolles und Besonderes wie mich kann man nicht einfach von der Welt nehmen. Und auch übrigens, Sabine, das habe ich doch alles nur gesagt, damit ich dich wieder unter Kontrolle habe. Damit du dir Sorgen machst um mich, damit du dich wieder vollumfänglich um mich kümmerst. Damit du mich nicht verlässt, weil das hast du mir angedroht gehabt. Deswegen musste ich so tun, als ob ich mit dem Messer an meinen Pulsadern rumfurtel. Was kannst du nun aus diesem Beitrag lernen, mitnehmen? Erstens Narzissen und Psychopathen starren, um das Gegenüber handlungsunfähig zu machen. Dieses eiskalte Starren ist auch gleichzeitig Ausdruck ihrer inneren Leere. Zweitens Narzissen und Psychopathen können nicht wirklich vom Herzen aus lachen. Ihr Gegriene spiegelt ihre negativen Emotionen wieder. Drittens, wenn dich ein Narzisst oder Psychopath anstarrt und gleichzeitig angerient, bedeutet das nichts Gutes für dich. Solche Leute sind am besten zu deinem eigenen Wohlbefinden rigoros zu meiden. Du bist stark, du schaffst das, glaub an dich. Du bist, du schaffst das, glaub an dich. Und das ist mein Schatz zu deinem Wohlbefinden und der Immobilie. Du bist, du schaffst das, glaub an dich. Du bist für die Nummer, das ist das, was der Mensch. Du bist, du schaffst das, glaub an dich. Vielen Dank.